Der ÖVM erklärt Die private Krankenversicherung Die Gesundheit ist unser höchstes Gut Der medizinische Standard in Österreich ist hervorragend. Leider ist zu beobachten, dass sich die Situation in der gesetzlichen Krankenversicherung kontinuierlich verschlechtert. Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt mittlerweile lediglich eine Art Grundversorgung. Doch kein Grund zur Panik. Es besteht nämlich die Möglichkeit einer privaten Gesundheitsvorsorge. Die private Krankenversicherung ermöglicht eine erstklassige, individuellere Behandlung, schnellere OP-Termine bei Spezialisten, kurze Wartezeiten und vieles mehr. Die private Krankenversicherung kann aus mehreren Bausteinen individuell zusammengesetzt werden. Freie Wahl des Krankenhauses Behandlungen bzw. Operationen durch den Arzt ihres Vertrauens oder ausgesuchte Spezialisten Kürzere Wartezeiten, schnellere Untersuchungs- und Operationstermine Mehr Komfort, bessere Verpflegung und Privatsphäre im Sonderklassezimmer Längere Besuchszeiten für Angehörige erleichtern die Zeit im Spital Mittlerweile gibt es immer weniger Kassenärzte. Sie erhalten keine Termine, sitzen in vollen Wartezimmern und sind mit sehr langen Wartezeiten konfrontiert. Eine private Zusatzkrankenversicherung ermöglicht flexible, zeitnahe Termine bei Ihrem Wunscharzt. Ihre Bedürfnisse werden ernst genommen und sie werden bestmöglich behandelt und versorgt. Darüber hinaus können von der privaten Zusatzkrankenversicherung folgende Leistungen übernommen werden. Physiotherapie, Massagen, Heilgymnastik, Psychotherapie, Kurventhalte und Gesundheitschecks Heilbehelfe wie Brillen, Kontaktlinsen, Schuheinlagen oder Hörapparate Verordnete Medikamente und Arzneimittel einschließlich Homöopathie und Impfungen Zahnbehandlungen und Zahnersatz Taggeldversicherung Wovon hängt die Höhe der Prämie ab? Vom Alter der versicherten Person Vom Gesundheitszustand des Versicherten Dem Sozialversicherungsträger Und vom gewählten Leistungsumfang Die private Krankenversicherung ist nicht günstig, aber ein absolutes Must-Have unter den Versicherungen. Denn schließlich geht es um das Wichtigste, Ihre Gesundheit. Und der Kfz-Vollschutz für ein SUV kostet in etwa gleich viel. Die Prämie lässt sich sogar reduzieren, etwa durch Selbstbehalte, Rabatte bei Familien- und Gruppenkrankenversicherungen sowie eingeschränkte Leistungsverpflichtungen, wie die Deckung nur bei Unfällen oder besonders schweren Krankheiten. Ein Tipp noch, je früher man einsteigt, umso günstiger ist die Prämie. Ihr ÖVM-Versicherungsmakler hilft Ihnen dabei, die private Krankenversicherung exakt auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Objektiv, kompetent und immer auf Ihrer Seite. Das garantiert optimalen Schutz für Sie und Ihre Familie. Sprechen Sie noch heute mit dem Makler Ihres Vertrauens über Ihre private Gesundheitsvorsorge. Sprechen Sie noch heute mit dem Makler Ihres Vertrauens.